ich bin was das ist das Gefühl da hat sich dann instanz zu bekommen ich glaube ich habe woanders was übersehen m Strang hier muss etwas sein ja wir werden nachschauen ich habe mir sowieso schon überzogen deswegen deswegen können wir uns das durchleisten vielleicht muss ich diesen Typen auch noch kaputt machen was ich bezweifle aber kann ja nicht schaden so ganz ruhig bleiben muss man da so ähm ziehen okay diesen Weg bin ich schon tausendmal gegangen aber es wird nie wie langweilig wo sind wir denn jetzt hier da okay so hier kann ich jetzt einfach als als normaler Link durch ich meine ich habe hier irgendetwas übersehen äh wenn mich jetzt so eine Hand schnappt äh dann raste ich aus ich habe es auch drauf ankommen lassen muss ich ja echt gestehen aber es ist trotzdem das wäre gar nicht ich will dies herzverlangen tut mir leid ey ich muss es haben ich muss es haben es gehört mir ich werde zum Tier wenn ich es nicht kriege zu einem Hasen zu einem Teufelshasen boah ey ihr ihr kommt noch nicht mal die Treppen hoch ihr habt mich gerade natzen können echt mal ihr seid so doof ihr habt noch nicht mal Augen die folgen einfach ihrem Schmerz das ist das die nerven auch ganz schön muss ich sagen so hier vielleicht irgendetwas denn auf der Karte sind wir jetzt ja ja das haben wir auch gemacht hm 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 ich hatte das Gefühl dass man da so ein Teil es runterschmeißen muss so ein Minish Dingens aber irgendwie ich komme jetzt irgendwie nicht drauf ich werde danach schauen oder irgendwie offscreen das irgendwie erledigen aber jetzt gerade bin ich stehe ich echt auf dem Schlauch habe ich keine Ahnung habe ich hier alles erledigt ja das habe ich gemacht das habe ich gemacht alles äh nicht sein das haben wir denn da links es war ein Daffen-Song egal wir machen jetzt wir machen jetzt den dem Bus äh nö hallo uuuh kluselig ja 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 sehr schwer bist du ja 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 ähm nehmen wir fallen Bogen oder nehmen wir den Schild ich nehme den Schild erst mal so okay ich sehe gerade es geht gar nicht mit dem Schwert also nehmen wir doch den Bogen ja ja mach du mal wow da sind Pfeile drin äh geil so jetzt muss ich mich klein machen und dann darüber und hier rein und dann machen wir das hier kaputt dann müssen wir uns wieder groß machen denke ich so geht es natürlich auch habt ihr nicht gedacht ne Mann ist dieser Gegner schwer ich zittere also oh 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 ich glaube das geht sogar nach Zeit ne achso ich muss ganz durch ja ja muss dann so oh jetzt schaffe ich es nicht weil ich muss mich so beeilen und dann oh ich schaffe es doch irgendwie so ich mache mich wieder groß ja 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 Aua ach komm schon wow was ist denn mit ihm jetzt los ach nö komm so hätten wir das gleich geschafft achso ich kann schon mal den Handschuh ausfristen ja die wollten irgendwie noch den Handschuh irgendwie mit einbesingen oh wie nett ja und dann hat es sich auch erledigt aber wisst ihr was da ich jetzt sowieso noch Zeit habe für diesen Part ungefähr acht Minuten noch werde ich doch irgendwie versuchen versuchen noch das eine Herzteil dazu bekommen ich weiß zwar nicht wie aber irgendwie wird das schon klappen oh das sieht hier hübsch aus hm wir sind das Volk des Windes seit langem leben wir mit dem Wind nun haben wir dies vollbracht es ist ein Gegenstand mit dem du von dir zum Himmel fliegen kannst willst du später unsere Kraft nutzen spiel das Instrument das der Vogel dir überbringen wird dann erfährt sich ein Weg ok ok das wird sein im Fluss von der Nachbiet ja was denn das ist ja gar kein Element es ist so aus als hätten wir für das von Zins gelebt offenbar flogen sie mit dem Element hoch zum Himmel da kann man wohl nichts machen dass es hier weggehen wir fahren zwar keine Minderung aber wenigstens ein Hinweis mit Hilfe auch wenn es ist wenn sich neue Wege öffnen suchen wir nur das nächste Element mhm mhm so wo kann ich da hin ey ich check's grad nicht ich check es nicht also ne 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 es muss wirklich wirklich damit zusammenhängen dass man hier so ein Teil so ein Teil irgendwie bekommt wie weiß ich nicht ziehen wir einfach nochmal dran passiert nix gut und hier passiert auch nix nix aha komm komm so dann gehen wir hier hoch ja machen wir das halt nochmal also ist ja jetzt nicht so ein großes Ding das nochmal zu machen aber so so pff dich mach ich mal aus und dich machen wir an so dann gehen wir hier hin und dann machen wir dich kaputt nein dumm das war klug das war unklug jetzt soll ich das alles nochmal machen aber damit kann ich gut das alles füllen also dieser folge zumindest das war eine miese Taktik von mir aber es ist jetzt natürlich wieder andersrum ne so ich meine das war hier gewesen so ich mache mal wieder aus dich machen wir an ey man was soll das und hier gehen wir wieder als großer Link raus diesmal machen wir es klüger jaja diesmal gehen wir echt vorsichtig da an die Sache aber es passiert nichts was ich glaube den Typen muss ich wieder an machen machen wir es einfach mal Was soll ich machen? Und dann wieder groß. Das Teil kann ich auch nicht irgendwie verschieben, oder? Nee. Okay. Aufladen. Und zack. Passiert nix. Kann ich das Teil verschieben? Nee. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ich stieg gerade voll auf dem Schlauch. Ja. Nee, passiert nix. Puh. Hm. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Mir kommt da gerade... Nee, 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 nee. Das ist schon mal falsch. Nee, 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 nee. Zack. Eine Minute habe ich noch. Bis dahin will ich die Lösung haben. So, hier war auch nur ein Schlüssel. Hier sein, was ich suche. Nee, nee, nee. Zack, 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 zack. ены, ding, 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 ding. exakt, zack, 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 zack. Leider links ab weiter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zahmen, 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 zahmen zusammen, zahmen, zahmen, zahmen. Muss. Nö. Ach, Mann. Mann, 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 Mann. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hä? Kann nicht sein. Egal, dann mach ich jetzt hier Schluss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und das Herzteil ruhig mir offscreen. Ich werd da jetzt noch ein bisschen nachschauen. Bis denn.